Hi Leute, willkommen zu einem neuen Filmzitate-Video, diesmal aus dem bekannten Film Terminator 2. Viel Spaß! Deine Pflegeeltern sind tot! Die unbekannte Zukunft olt auf uns zu und zum ersten Mal sehe ich ihr mit einem Gefühl der Hoffnung entgegen. Denn wenn eine Maschine, ein Terminator den Wert des Lebens schätzen lernen kann, dann können wir es vielleicht auch. Die Zukunft ist nicht vorherbestimmt. Wir selbst sind unser Schicksalsschmied. Du hast geschworen, niemanden zu töten! Er wird es überleben. Du wolltest diesen Trottel killen! Natürlich, ich bin ein Terminator. Er hat eine gottverdammte Minikanone! Es liegt in eurer Natur, euch selbst zu zerstören. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen, Dr. Silverman. Wie geht es Ihrem Knie? Hasta la vista, Baby. Heilige Scheiße! Du bist echt, echt! Hey! Du hast vergessen, bitte zu sagen. Ich befehle dir nicht zu gehen! Ich bin ein kybernetischer Organismus, lebendes Gewebe über einem metallischen Endoskelett. Ich brauche mal Urlaub. Ich habe detaillierte Dateien. Ich muss noch mal zu Hause vorbei, ein paar Sachen abzuholen. Negativ. Der T-1000 wird definitiv versuchen, sich dort deiner zu bemächtigen. Bist du sicher? Ich würde das tun. Ich schwöre, dass ich niemanden umbringen werde. Ich weiß jetzt, warum ihr weint. Aber das ist etwas, das ich niemals tun kann. Ich will deine Kleider, deine Stiefel und dein Motorrad. Jeder, der keinen Sandblocker-Lichtschutzfaktor 2 Millionen trägt, wird einen echt wirklich miesen Tag erleben. Jetzt haben wir's gar nicht bei den Eiern, was? Lass mich los! Wieso hast du das getan? Weil du es mir befohlen hast. Man erfährt nicht jeden Tag, dass man für den Tod von drei Milliarden Menschen verantwortlich ist. Meine Karte sollte uns den Zugriff ermöglichen. Onkel Bob? Rufe nach John. Sie haben mir den Arm gebrochen. Es gibt 250 Knochen im menschlichen Körper. Das war der erste. Terminiert. Wartet hier. Ich komme wieder. Wenn du leben willst, komm mit mir. Wie geht es Wolfie? Wir alle sind unseres eigenen Schicksals Schmied. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden es schaffen, oder? Wir werden es nicht schaffen, oder? Es liegt in der Natur des Menschen, sich selbst zu zerstören. Nein, wartet, das Feuer hat das Salonsystem ausgelöst. Wir müssen warten, bis sich das Gas verzogen hat. Hier, schnell, setz das auf. Ich meine, woher hätten wir das wissen sollen? Ja, richtig. Woher hättest du das wissen sollen? Es waren verdammte Typen wie du, die die Wasserstoffbombe erfunden haben. Männer wie du haben sie gebaut. Dabei wisst ihr gar nicht, wie es ist, wirklich was zu erschaffen. Ein Leben zu erschaffen, zu spüren, wie es in einem wächst. Ihr kommt euch so schlau vor mit eurem... Man! Wir müssen hier ein bisschen konstruktiver sein, okay? Leicht verdientes Geld. Na toll, und was passiert dann mit ihr? Das kopierte Objekt wird normalerweise terminiert. Du kannst doch nicht einfacher rumlaufen und Menschen töten. Warum? Weil man das nicht macht. Warum? Weil man es einfach nicht macht. Ich verarsch dich nicht, okay? Los, fahr schneller! Das ist die Höchstgeschwindigkeit dieses Fahrzeuges. Mann, da kann ich ja schneller rennen! Tut es dir weh, wenn du angeschossen wirst? Ich nehme Verletzungen wahr. Diese Daten könnte man als Schmerz bezeichnen. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Dieses war's mit diesem kleinen, aber feinen Video. Wenn ihr wollt, könnt ihr kommentieren, liken oder auch gerne das Video teilen oder meinen Kanal abonnieren. Und ich wünsche euch bis zum nächsten Video alles Gute. Bis dahin. Ciao! Ciao! Vielen Dank.